Willkommen am Factsheet Friday. Ja, es gibt wieder vier Factsheets mit insgesamt acht Maschinen und darunter sind auch wieder einige neue Marken. Seid gespannt. Ja, wir legen los mit einem Häcksler von Fendon, und zwar dem Katana 650. Boah, kostet fast 400.000. Hat ordentlich Leistung unter der Haube, 650 PS. Und der kann hier verschiedene Dinge häckseln. Das ist Gras, Mais und das mittlere kann ich jetzt nicht erkennen. Aber an der Stelle würde ich sagen, schauen wir mal kurz in ein anderes Sheet rein, denn es wurden auch Icons veröffentlicht. Und wenn ich hier jetzt reinschaue, das sind jetzt alle Icons, die es gibt. Und das sind Hackschnitzel, was der hier noch zusätzlich häckseln kann, was hier in der Mitte angezeigt wurde. Ja, würde ich sagen, bleiben wir mal kurz bei dem Sheet und schauen mal hier drüber. Also, das meiste sind ja Sachen, die wir schon kennen. Trauben, Oliven sind neu, das ist klar. Und was es neu gibt, sind Zuckerrübenschnitzel, Sugarbeet Cut. Es gibt für Baumwolle Quader und Rundballen, die müssten neu sein. Und Hackschnitzelrundballen. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Genau, das ist hier das Sheet 1. Und dann gibt es noch ein Sheet 2 von den Icons. Hier drauf sind die ganzen Tiere aufgelistet und Dinge, die man aus Tieren bekommt. Und noch so die restlichen Dinge. Und auch hier sind einige neue Dinge zu finden. Unter anderem gibt es hier elektrische Ladung, Schnee und Streusalz, das ist klar. Ja, da können wir schön Schnee oder irgendwas bauen vielleicht. Bin mal gespannt. Und es gibt hier Silagezugsatz. Silagezugsatz ist eine Flüssigkeit, die tut man ins Silo mit rein. Also ich kenne es zum Beispiel von so einem speziellen Silage-Ladewagen. Da vorne so ein Behälter dran, wo dann immer wieder was in das Häcksl gut mit reingemischt wird. Beim Häcksler ist es denke ich ähnlich. Und das sorgt einfach dafür, damit schwer silierbare Elemente leichter silieren. Und dass die Silage sicher durchläuft, dass es da drin nicht umkippt und so weiter. Also im Endeffekt verbessert es die Silage-Qualität. Hat irgendwas mit Milchsäure-Bakterien zu tun. Ich denke, da kann ich dann mal in einem Video ein bisschen mehr drüber erzählen. Und wir haben auf alle Fälle in der Ecke unten noch drei Pünktchen. Das heißt, es gibt auf alle Fälle noch mehr. Eins kann ich schon vorweg nehmen. Es gibt auch Gas. Methan-Gas. Das habe ich schon gesehen in den Fact-Sheets. Da kommen wir dann auch noch gleich dazu. Aber wir machen hier mal weiter mit dem Anbau, was an dem Fan vorne dran ist. Von Camper. Ein 7,5 Meter Schneidwerk. Ja, kostet glatte 100.000. Und ja, die Leistung des Häckslers reicht gerade so aus. Was hier interessant ist, wenn wir die Icons anschauen, dass wir damit auch Sojabohnen häckseln können, beispielsweise. Aber ich kann mir auch vorstellen, weil hier ist dann Gras dran, dass es vielleicht falsch reingepackt wurde. Es gibt dann noch so ein Direktmähwerk oder so ein Schwad-Häcksler, ob es eigentlich dann im Gras dazu sollte. Aber so ist jetzt erst mal die Info. Kommen wir zum Sheet Nummer 2. Hier gibt es den John Deere 7810. Wenn wir uns den anschauen, also für die Laien jetzt, die mit der Bezeichnung nichts anfangen können, weil rein optisch sieht man schon, dass es ein Modell ist, was jetzt nicht das allerneueste ist. Das ist schon ein paar Tage alt. Jetzt nicht so uralt, aber es gibt schon ein paar Jährchen. Aber trotzdem genial, dass wir hier so eine Maschine bekommen mit 175 PS. Manuell, PowerShift. Auch wieder Preis 100.000. Und hinten dran, dann von Amazone, eine Presea 4500 2C Super, mit der wir die ganzen Sachen säen können, die in großem Reihenabstand brauchen, was Sojabohnen, Mais, Sonnenblumen, Zuckerrüben und Baumwolle müsste das sein, säen können. Natürlich in der Kombination, dass wir direkt auch Dünger mit den Boten legen können. Ja. Passende Kombi. Braucht 150 PS. Dann kommen wir auch schon zu Factsheet Nummer 3, wo wir direkt wieder zwei neue Marken sehen, beziehungsweise zumindest eine. Fangen wir mit dem unteren an. Von Schäffer. Ein Teleskoplader, um hier die Biogasanlage in dem Beispiel zu befüllen. 130.000 kostet er, hat 204 PS. Ja. So, Marken werden immer mehr. Freut mich. Da haben wir eine Riesenauswahl, mit der wir arbeiten können. Und dann kommen wir zu der Biogasanlage. 99 kW-Anlage kostet 435.000. Man kann da ziemlich viel Zeugs reinfüllen. Häckselgut mischt. Obwohl ich die Eicons gesehen habe. Ah, Zuckerrüben-Schnitzel ist das letzte. Genau. Und wir bekommen hier elektrische Energie, Methan und Biomasse raus. Also Biomasse, was wir in Form von Gülle aufs Feld fahren können. Und, der ein oder andere kennt es vielleicht. Es gibt ja elektrische Gabelstapler und Gabelstapler, die mit Gas funktionieren. Garantiert sind die zwei Sachen dafür. Und jetzt gerade mit der ganzen Production-Line brauchen wir auch mehr Gabelstapler, um die Paletten von A nach B zu fahren. Und da ist es was, was sich bestimmt gut verkaufen lässt. Ja, kurz zu der Marke Plan E.T. Meines Wissens stellen die keine Biogasanlagen komplett her. Falls ich da jetzt falsch liege, korrigiert mich gerne. Plan E.T. ist eine Organisation, die allgemein so ein bisschen auf erneuerbare Energien geht. Und da Angebote ausarbeitet und Planungen durchführt im Rahmen der ganzen erneuerbaren Energien, Förderung und so weiter. So habe ich das jetzt verstanden. Und so ist es auf der Webseite von denen dargestellt. Genau. Dann kommen wir zum letzten Fact-Sheet auch schon. Haben wir wieder direkt zwei neue Marken. Versatile. Ein riesiger Traktor. Mit Doppelbereifung direkt hier, damit wir weniger Bodenverdichtung haben. Sieht richtig nach Power aus. So vom Stil her sieht das ein bisschen amerikanisch aus. 665 PS. Einfach mal ein 1300 Liter Tank. Aber der kostet halt auch 350.000. Und er hat einiges zu ziehen. Nämlich von Rostelmasch. Weiß nicht, ob man das ausspricht. 100.000 kostet das Ding. Ist eine 12,2 Meter Arbeitsmaschine. Und zwar ein Krupper. Der 375 PS braucht. Dafür ist jetzt der Traktor eigentlich überdimensioniert. Aber zur bodenschonenden Bearbeitung. Lieber ein paar PS mehr zwingen. Zur Zwillingsbereifung. Dann läuft das Ding besser. Ja. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Fact-Sheet-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Eultis. Ciao, ciao. Doh. Ciao, ciao.